Was ist das Leben der Menschen? Ein gewisser Plan, was unser Leben bestimmt und all unser Leben, nicht nur von uns Muslimen, auch von den Kafir, also von den Nicht-Muslimen, von den Tieren, von den Pflanzen. Alles unterliegt einer gewissen Sache, der wir keinen Einfluss haben. Wir Menschen, wir haben die Herausforderung, ein Leben zu meistern, indem wir durch all diese Geschehnisse, die uns widerfahren, den Weg zum Schöpfer finden, den Weg zu Allah. Manchmal mag es erholprig sein, manchmal gerade, mit viel Leid und Sonstiges. Aber all das sind Herausforderungen, die uns Allah Subhanallah mitgegeben hat auf unserem Lebensweg. Allah Subhanallah testet uns. Er testet die Menschen allgemein und er testet besonders durch die Muslime, wie standhaft sie sind, wie glaubensfreu sie sind, wie sie eine Sache hingeben und wie sich Allah hingeben. Es ist so eine komplexe Sache, wir können das gar nicht aufteilen. Aber tagtäglich widerfahren uns Dinge, wo wir herausgefordert werden. Und nicht ein Tag ist gleich wie der andere. Obwohl vieles natürlich so ablaufen mag, dennoch ist ein Tag nicht gleich wie der andere. Wir haben immer wieder neue Herausforderungen, müssen immer wieder von neuem bestehen. Einmal handeln wir so, ans andermal handeln wir so. Es ist Allah, der uns da so gibt, dass unser Leben so interessant wird, dass wir uns bemühen, den Weg des Islams zu gehen und am Weg des Islams festzuhalten. Dafür haben wir die vielen Herausforderungen. Deshalb sollten wir nicht schimpfen, wenn uns Dinge geschehen, die uns jetzt nicht gefallen. Aber wir sind viel leicht ein Zweck, um uns Muslime zu testen, wie wir darauf reagieren, was uns widerfährt. Die Treue zu Allah und das Lossagen, das Verzweifeln, das Nicht-Zurecht-Wissen. Alles sind Dinge, die von uns gefordert werden. Es hat alles seinen Preis. Aber eins können wir uns auch sicher sein. Wir werden nicht über die Grenzen hinaus gefordert, sondern immer dem Rahmen, was wir auch machen können. Gehen wir uns alle hin, dann hat das Leben einen Sinn. Gehen wir uns an. Musik Untertitelung des ZDF, 2020